ARD Text im Auftrag von Funk Hallo rüber liebe Freunde Das geht, wir kommen zu einem neuen Projekt Wir spielen Orks Must Die Unchained Soll ich hier mit Nitschke? Hi Ja Ähm Ja Wo soll ich denn was hinstellen? Klatsch hier einfach erstmal Klatsch mal nach vorne Sollst du hinten? Okay, gut Kann ich hier Wo hab ich denn da, hab ich meine Wände? Nein, scheiße Wir können unsere Error Walls kaum irgendwo hinstellen Aber warte mal Hier kannst du mal hinstellen, hier an der Wand Warte, ich place mal die hier erstmal Ja, pack dir noch mal schnell einen ran Ja, wir haben noch Zeit, Alter Und dann hau ich Nee, mehr kann ich nicht machen Was war das? Kannst du noch irgendwas? Soll ich den Guardian hier planten? Nee, ne? Wohl doch Meinst du, wir brauchen Guardian jetzt? Nee, okay Ja, Orks Must Die Wer das Prinzip von Orks Must Die nicht kennt, der hat was verpasst Ähm Hi Muss Z drücken Ähm Ja, sowas Tower Defense mäßig halt Wir müssen jetzt halt warten Und Orks zerstören Ich hab so einen coolen Teleport Ja? Der gefällt mir Ja, pass auf Ich steh jetzt hier vorne Zack Jetzt steh ich neben dir Oh, leu Leu, was? Ja, okay, ich glaub die gefällt mir besser Hier, ich wollte die einfach Uah Hup Okay, wir machen doch weniger Schaden als erwartet, ne? Okay, hat sich erledigt Ja Wir müssen jetzt halt diese Orks abklatschen Und vorher halt Ballen immer platzieren Nach jeder Runde, nach jeder Wave Und Das war's eigentlich Erstmal alle gestrunt da vorne Bam Ähm Wollen wir Oh, leu Wollen wir das gleich so machen, dass wir Äh Die Seite Also hier den Weg Ich erklär's dir gleich Oh, leu, wir können uns sogar Stimmt, wir können uns hier sogar upgraden, ne? Erstmal hier ordentlich deathball, weil wir so scheiße sind Ja, wir hatten halt wenig Dings Next Wave, oh fuck Wir können schon mal, warte mal, ich platziere hier mal Äh, Wände, ne? Dass hier keine Dings Orks durchkommen können Ja, achso, eine Seite ist zwar Kannst du auch nochmal welche setzen? Nee Weiße Ähm Dann hau ich hier oben nochmal Stunny mehr rein Da vorne ist aber, da vorne ist Rande Was ist das? Was ist das denn? War wirklich geil nix Okay Ähm Warte mal, was können wir denn? Was bringt das? C, G oder B Irgendwas kann ich upgraden AIM TO PLEASE, was? 3 coins per second, das ist nett, ich nehm das Oh god oh god Ich hab halt auch so ne nice gold tier 1 Also ich kann nicht updaten Ja ich konnte das eben auch schon machen Was update ich denn jetzt? Weiß nicht, ich muss so irgendwie nebenbei ein bisschen durchlesen Da hinten ist einer Scheiße Hier war einer, kacke, hier ist einer lang gerannt Ja hier kommen halt schon viele durch Ja ich stepp die andere Seite gerade Deswegen meine ich ja hier die eine Wand durch, weißt du? Baut das gleich weiter aus Kommt ey Nein! Kannst du dich jetzt schon nicht hinstellen? Scheiße Oh lol hier ist ein Bogenschütze So warte ich mach das jetzt zu da Ja warte ich hab schon Ähm Ich muss mich mal heilen Äh jetzt müssen wir jetzt hier ein bisschen mitverladen Ja und hier, ja Hier alles vollhauen Ich hab kein Dings mehr, kein Gold Äh, ja ich aber Äh Soll ich mein Guardian doch vielleicht den klatschen? Ne 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 Okay Okay Wieso ist hier ein Blitz? Oh lol Der macht Damage Wenn man den einsammelt Äh meinst du die Teerplatten waren hier gut? Ja Weil ich sie hingelegt habe Ja aber ich mein, wie meinst du die sind gut hier Platziert Vielleicht hätten wir die irgendwie in einer Reihe platzieren sollen, weißt du? Ja Okay E-Face Guide Wollen wir ein bisschen Mana demnächst Okay den macht Mega-Blocki alter Oh lol Bin schon wieder Level aufgestiegen Ähm 25 Movement Speed Äh Tier 2 Helft Nervey Hero Power from Control Increased Gamble Damage Increased Run Radius Okay Machen wir das mal So, ähm Äh ich mach mal das hier So Hallo Leute, ich hab kein Geld für Ähm Lass mal hier vorne weiter zu klatschen Ich klatsch mal hier Ja ich werd hier mal zack die Wand voll klatschen Ja ich werd hier mal zack die Wand voll klatschen Ja hier oben müssen wir noch ein paar Stunt Teile ranhauen ne Ja was glaub ich denn aufbau? Ich glaub aufbau'n Blitz Oder so Ja dann machst du mehr Damage und so Oh nice Den hatte ich auch schon eh Der setzt sich gleich mal ein wenn ich hier vorne bin Ja ja der ist ganz gut Aber warte erstmal nicht hier bis zu vorne am Anfang Die dicken, dickeren die kommen erstmal später Ja klar Vielleicht sollten wir einfach hier diese Halle voll bauen, weißt du? Voll mit Spikes oder so Ey das war schrecklich, dass wir das da hinten gemacht haben Weil wenn wir dann später die nächsten Wave können mit Guardian-Plays Ja Ja okay Ja wir haben ja nur zwei Oho läuft Zwei Waves glaub ich Ja ja okay So circa Bam Waaat Das war so ne fette Wave ne Oh Gott Das war so ne fette Wave ne Okay Ich hab als geile Fähigkeit Einfach die Lände nach vorne machen Gegen alle Schaden In der Welle Und alle Fallen akzeptieren Echt? Ja Das ist geil Das ist echt geil Ja Die ist nice oder? Bam War gut, dass ich die gewählt habe Und ich war als Maximilian Huh Heiß Maximilian, halt dich lassen Sag mich gegen den Namen Doch Soll ich auch hier nochmal ne Wall gegen, ne? Ja ich mach jetzt hier ein paar Stundinger oben rauf Und hier nochmal ein Dings Nee, Stundinger die nicht aktiviert das stimmt Oh lol die Wave kommt schon ne? Ja ja ich bin hier einfach rum rasseln Stundinger rasseln Tja okay Ich hab hier nochmal ein paar Stacheln hingehauen Wie du siehst Ich glaub wir sollten eigentlich genug gedeppt sein Aaaaaaah Das ist nicht klar So Ich hab kein Mana Das ist nicht gut Aua Okay Das ist ein better boy Ich glaub Headshots machen mehr Damage Nächste Mana würd ich gern nehmen dann Mach 4 Nice Level 6 Oh Ähm Wollen wir da alles in Ruhe lassen irgendwie? Ach hast doch ein Guardian Jaa Die ganze Zeit schon Oh ich dachte dein Guardian ist kaputt gegangen he? Jaa In dem Dings vorher In dem Tutorial Scheiß Ach soo War doch nicht hier richtig So ja komm ich hau hier einfach nochmal überall Stacheln hin Ich hab hier einfach alles volles he Na nochmal Stundinger basteln Also meine Meine secondary Fähigkeit Also mit meiner Maustasten Fähigkeit ist mega nice Wenn ich einfach hier vorne stehe denn ne Mach das so ne Welle nach vorne Alle Stacheln aktivieren mich Oh ok Das ist richtig gut Ja Auch wenn die auf Auch wenn die auf Auch wenn die auf Zulocken Die ganzen Staddinger BAM Hast du gesehen wie die ganzen Stacheln sich nochmal aktiviert haben? What? Ja Nice Kommen wir mit meiner Cube Fähigkeit bin ich drin Oh lol Ich sterbe gleich Ok Huh Alles gut Dieser fette Dein Guardian ist tot ne? Ne doch nicht oder? Ja ich hab noch Erlebt noch Erlebt noch Erlebt noch Erlebt noch Oh Gott Cool Ja ich hab die Barrels freigeschaltet Cool Moment Moment Habe ich jetzt gerade alles gekriegt Also ich hab mega den Ja guck mal wer ist hier der bessere Spieler? Wer hat mehr score? Du kannst übrigens auf Loadouts klicken Oben rechts Da kannst du dir dein Deck zusammenstellen Deck sag ich mal Oben rechts Ich muss erstmal hier gucken Oh ich kann mir sogar Oh ich hab zwei Guardians jetzt Ich hab zwei fette Kisten gekriegt Geil Skards Sowas use ich nicht Ich will das mal rausnehmen Ich nehm mal die Barrels mit rein Blacksmith Guardian Ich hab mal Barrels mit reingenommen So Tartrap Tier 1 Ok Alles klar Nice Äh wir sind jetzt bei welchem? Bei der ne? Workshop Oh cool Coming soon Legendary Alles klar Traps Ah dieses Sammeln von diesen Traps Dann kannst du die upgraden Dann hast du Du musst die Dinger sammeln Kannst dann upgraden Jaja ich weiß Ah Also Ich dachte schon du hast jetzt irgendwie so ne bestimmte Anzahl von den Dingern Success Dachte ich auch erst aber nein Zum Glück nicht Hab ich jetzt den Der ist rare Der ist auch rare Fire Damage in Knockback At home deals melee physical damage Ah ich mach mal den anderen mit ok Oder hast du den anderen schon dabei? Ich hab Blacksmith Guardian dabei Ja du kannst zwei Guardians mitnehmen Hallo der erste Hallo der erste So wo hast du das jetzt mit dem Oh das ist Deck zusammenstellen Oben rechts Loadouts Loadouts Lordouts Oh Alles klar Ja G. 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 Egal Vielleicht hast du noch irgendwie Weiß ich nicht Irgendwas dazu Irgendwie nichts Was du noch mit reinpacken kannst Weißt du? Ja aber du hast ja den gleichen Staff wie ich Ne ich hab mehr Ich hab mehr fallen und so Ich hab mehr Ich hab mehr Ich hab mehr